Mein Name ist Oliver Hildenbrand und ich bin der Landessprecher der Grünen Jugend in Baden-Württemberg. Und für uns in Baden-Württemberg ist natürlich in den nächsten Monaten ganz besonders wichtig, dass wir es schaffen, ein gutes grünes Ergebnis bei der Landtagswahl zu erzielen, um endlich, nach fast 60 Jahren, die CDU in Baden-Württemberg vom Regierungston zu stürzen und in die Opposition zu schicken. Und ja, ich glaube, es wäre Zeit für eine grüne Regierungsbeteiligung in Baden-Württemberg. Hervorragend. Danke. Oliver, this was your Green Party Minute.